Und hey Leute, was geht ihr habt? Mein Name ist Bischof, willkommen zu einer neuen Aufnahme und heute, Leute, ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Item. Ich suche, suche, suche und suche weiterhin. Ich bin ehrlich, ich bin kurz davor, einfach die ganze Suche abzubrechen, auch gefühlt mit der YouTuber-Insel aufzuhören, weil immer habe ich das Gefühl, ich werde nichts finden und immer bin ich die einzige Person, die keine Kraft bekommt und die keine Macht bekommt. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber, ja, was soll ich denn machen? Hier auf der YouTuber-Insel ist halt gefühlt auch keiner mehr so und alle haben ihre Kraft. Und nein, eins war ich auch nicht dabei, weil was soll ich machen, ne? Wenn ich keine Kraft habe oder so, kann ich auch nichts gegen den Böste machen, so. Ich hätte auch gar nichts bekommen und alles... Äh, bitte? War schon hier immer ein Portal auf der Postengrabe? Warte, warte. Leute, jetzt mal Spaß beiseite, ne? Also, ich war schon davor, also schon vor einer halben Stunde oder einer Stunde war ich auch hier und da war noch kein Portal. Das ist doch, das ist doch ein normaler Nether-Portal, oder nicht? Also, ich kann mir das... Leute, das ist jetzt irgendwie übelst komisch so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas, irgendwie was Komisches passiert. Das ist wie ich das meine. Aber, wollen wir da mal kurz hingehen? Ich weiß nicht, ob wir da kurz reingehen wollen, oder nicht? Ähm, ich gucke mal. Oder? Warte, ist da noch was anderes? Das hört sich schon richtig nederhaft an. Nederhaft, okay, das ist unangenehm in dieser Sache. Nederhaft, okay. Okay, hier ist gar nichts. Auch hier nichts, außer nur Zucker. Aha, aha, okay. Also, Leute, okay, wollen wir da schon mal reingehen? Okay. Drei, zwei, eins, rein! Äh, wo bin ich hier? Minus neun, also ich bin jetzt... Ich bin aber noch in der Overworld. Das ist zu 100% klar, okay. Hä? Hier ist eine Schüssel, hier ist ein Schwert, hier ist eine Schaufel. Hä? Hä, okay, warte. Irgendwie, irgendwie ist das gerade richtig komisch. Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst. Geh da mal raus. Äh. Hä? Warum ist hier eine Ananas? Der komische Fett ist gleich aus der Ananas rausgekommen. Was haben wir bezeichnet bei Tanahunenbop? Tanahunenbop? Patrick? Jürgen, wir packen dich jetzt, was machst du da? Bro, Patrick! Bro, ey, du bist aus meiner Kindheit, Patrick! Woher kennst du meinen Namen? Jürgen, weil das Wasser ist, warum kommst du aus Sponshots aus, ja? Bro, wer... Aua, 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 was geht? Aua, aua, schlägst du mich? Aua, schlägst du mich, aua? Schlägst du meinen Schwamm, schlägst du mich? Ja, aua... Was hat er da in der Hand? Was... Was war das? Mit was hat er mich geschlagen? Ist so ein Auto geworden? Äh, Leute, hallo, mein Name, mein Name ist Pichter, äh... Okay, wir müssen den jetzt aus dem Grund gehen, warum hat Pichter was gemacht? Was... Was machst du? Äh... Und wie heißt du? Hallo, mein Name, warte, warte, lass mich mal kurz einen Goldapfel essen, ich hab durchschen Angst vor euch irgendwie, hab ich das Gefühl. Ähm, ich bin Pichter, ich bin jemand aus... Pfff... Ähm, Patrick? Ihr seht deine Augen nicht. Was? Lass mich... Patrick, was macht Spongebob da? Was hat... Hallo, bop sie an. Was hat... Alter, Leute, Leute, wo bin ich überhaupt? Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Das ist doch... Das ist doch nicht Spongebob und Patrick, oder? Leute, irgendwie hab ich das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen komisch, ich muss... Leute... Au, aua, au, okay, okay. Ich glaube, ich muss mit den Leuten reden, ich glaube, ich... Äh... Pichter war dein Name, ja? Pichter war mein Name, ja, hi, ich bin... Pichter war... Ich hab ne krosse Krabbe auf der... Ich hab ne krosse Krabbe... Wir haben Problem, wir haben Problem. Wie Problem? Und zwar ist Spongebob voll der Kanao Kuhn geworden. Und was bedeutet das? Hey, es... Ja, guck selber, Spongebob, mach, mach. Und Spongebob? 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 Nein. Das war die ganze... Nein. Pass ab. Ich glaube, ich brauchst du sein. So. Spongebob, hilf, bitte. Spongebob... Oh mein Gott, oh mein Gott, was macht der für Musik? Was für Schababs Button? Der meint, Bikini-Bottom ist Lash geworden. Ist Lash geworden, Spongebob? Der meint, ist Lash geworden. Warum redet Spongebob nicht mit mir? Der ist... Der ist komisch geworden. Der ist komisch geworden, weil der Kanao geworden ist. Wo bin ich hier gelandet? Ich weiß es auch nicht. Egal, du bist jetzt ein Freund von uns hier. Wie ein Freund von... Soll ich das jetzt anziehen oder wie? Du musst es anziehen, das ist der Hut der Freundschaft. Okay, ich habe jetzt die Hut der Freundschaft an. Warum hast du mitgemacht? Er hat Spongebob total erhung gemacht? Der hat Spongebob total erhung gemacht und dann haben wir ihn gesprengt. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist er weg? Warum hat Spongebob... Okay. Ist das... Ist das deine Ehefrau? Guck mal hier. Hier, der Dumme. Der Dumme hat hier einfach Notausgang gemacht. Wie? Einfach Notausgang? Hä? Aber wo ist der? Wir müssen rausfinden, wo der ist. Spongebob. Spongebob? Aber was soll ich jetzt hier... Was hat der... Leute, ich verstehe das nicht. Was hat der für eine Bratwander an der Hand? Oder was ist das für eine Kelle? Eine Suppenkelle? Ich habe keine Ahnung, was da hier abgeht, Leute. Na, da unten. Was liest du da unten? Das ist nicht gut für meinen... Das ist nicht gut für meinen YouTube-Kanal. Okay, Leute. Es reicht jetzt. Stopp, stopp, stopp. Ey, ey. Ey. Jetzt war Spaß passiert. Aua. Was hast du da in der Hand? Talahun-Bob muss dir noch was sagen, glaube ich. Aber der kann nicht mehr viel reden. Was ist denn los, Talahun-Bob? Was ist das für ein Buch? Aua, au. Talahun, geworden ist, sein Wortschatz ist kaputt. Okay. Warte, Leute. Dann habe ich kurz das Alleine-Ruhrlesen. Ist das okay für euch? Kannst du lesen? Ja. Leute, wo bin ich hier gelandet? Ehrlich jetzt, warte. Ich lese das mal. Hey, hey, Pichter. Es sieht nicht so gut aus. Ich bin auf der YouTuber-Insel gestrandet und ich habe einen riesen Kampf hinter mir. Plankton und diese ohne Null haben mich fast erledigt. Ich habe nicht mehr viel Kraft übrig, aber du kannst die Welt retten. Ich gebe dir meine magische Bratpfanne, denn nur mit ihr kannst du das Böse besiegen. Aber bevor du sie nimmst, lass mich dir noch schnell was beibringen. Du weißt, ich bin ein Meister am Kochen, Burger, Braten, Krabbenburger, Zaubern. Das ist meine Spezialität. Bevor du losziehst, zeige ich dir noch, wie man richtig kocht, damit du die Bratpfanne in voller Kraft nutzt. Ja, du, wie langsam lest du? Du kannst auch nicht lesen, Patrick, hast du gesagt. Ja, aber wenigstens lese ich auch nicht langsam deswegen. Okay, sie haben jetzt so gemacht, manche uns das Verstecken muss finden. Wie versteckt, wie finden. Ja, damit du, damit du, du musst zeigen, dass du wirklich bist. Aber du weißt, jetzt nicht wo ist. Ich bin mir jetzt verstecken, oder wie? Nee. Ich habe ihn gehört, ich habe ihn gehört, ich habe ihn gehört. Wo ist der? Das war eine Taube. Da, das... Warte mal. Das war ein Papier versteckt. SpongeBob! Ich höre ihn. Ich muss das hier kaputt machen. Es ist hier alles in Sand eingehüllt. Ich gehe das alles nicht mehr. SpongeBob! SpongeBob! SpongeBob hier unten. Hallo, SpongeBob! Ich glaube, das sieht hier keiner, dass ich mich einbaue. Au! Aua! Das ist die nächste Challenge, du musst mich besiegen. Okay, 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 oha! Okay, ey, 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 chill! Du musst dir da hinweg. Du musst dir da hinweg. Au! Okay, 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 warte! Patrick! Patrick! Chill, chill, Patrick! Patrick! Bro! Ich muss den Dings... Nee, den Tote... Muss ich jetzt Patrick zusammenschlagen? Nein, was ist denn jetzt Patrick? Warte, ich muss auch SpongeBob finden. Hallo? SpongeBob, bist du hier? SpongeBob hier unten? Ich habe SpongeBob gefunden! Ja! Au! 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 Warum schlägt der mich zusammen? Leute, in welchem Wibertraum bin ich denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Äh... Ey, SpongeBob! Du hast mir geschrieben, dass du mir Kochen beibringen wolltest. Ich möchte gerne eine Spezialität haben von Ihnen. Ich habe Hunger! Äh... Let him cook, let him cook. Danke schön. Geh ich bewertet? 4 mal 10 von 10. Ja, wenn nicht. Ja... 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 Wo hast du das? Wo hast du das? Wo hast du das? Wo habt ihr diese Wörter? Oh je, du! Okay, okay. Ja... 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 Aber... Okay... Äh... Da hab ich die Bratpfanne haben? Kochleife... Okay... Du besetzt mich. Hä? Tja... Ich hab ein Steak... Oh mein Gott, er schmeckt ihn! Was ich jetzt fragen wollte, was soll ich jetzt, soll ich dir die Löffel wieder geben? Wie nein? Hast du das Buch gelesen? Ich dachte du kannst es lesen. Ist das jetzt meiner? Kochlöffel, lass ihn kochen. Ich bin der Hauptcharakter. Du bist der Hauptcharakter. Ich bin der Hauptcharakter. Du bist der Hauptcharakter. Ich bin der Hauptcharakter. Ich bin der Hauptcharakter. Ich bin der Hauptcharakter. Wie, wie du stirbst? Du hast ja alles kaputt gemacht. Dankeschön. 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 Frunchbob. Dalla Humbob, sorry. Patrick! Patrick ist tot! Patrick! Und was ist mit dir Talla Humbob? Du lachst an deine besten Freunde aus! Salomobob ist auch tot! Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Leute! Ich glaube, ich muss hier weg! Das ist hier zu viel, Leute! Habe ich jetzt die Kraft zu kochen? Warte! Ich habe jetzt eine Kraft zum kochen! Was kann ich mit dieser Kraft machen, Leute? Warte! Ich muss erstmal hier ein bisschen weg! Ich muss hier weg, Leute! Ey, was ihr alles gesehen habt! Okay, ist das einfach alles, okay? Ich verstehe nicht, was das hier ist! Okay, warte! Okay, das ist jetzt meine Kraft! Okay, wir müssen jetzt in den F5 gehen! Ich schlage einen Kochlöffel! Dann ein Messer! Oder eine Bratpfanne! Leute, wie krass ist das? Warte, wenn ich jetzt... Oh mein Gott, ich brate die Leute! Und dann koche ich die? Und was ist das? Regnarration 2, wenn ich das esse? Und was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Ich... Ich habe unendlich Essen, glaube ich! Oh mein Gott! Leute, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht! Okay... Oh mein Gott! Ich werfe zwei... Ich werfe... Neun Messer hintereinander! Wie krass ist das denn? Warte, wenn ich das hier mache... Und ich schlage ein Steak! Leute! Ich glaube, ich habe die heftigste und die krasseste Macht, die man es immer bekommen hat! Ich habe einfach eine Kraft, wo ich kochen kann! Meine Damen und Herren! Oh mein Gott! Schaut euch, wie das aussieht! Ja, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat! Diese krasseste, kränke, fiebertraumste Folge, die es gab! Ich glaube, noch nie war so eine Story mit Spongebob, Dallahunbob und der Perfekt und die beiden sind gestorben, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen für ein Like und ein Abo! Deswegen war ich auch so lange weg! Deswegen war ich so lange weg! Ich habe mal eine Kraft gesucht, aber wenn ich das bekomme... Leute! Schaut gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet! Bis dann, Leute! Ciao, ciao! Peace!